Wo hast du das Lichtschwert? Das habe ich mir aus dem Stol geholt. Ich habe nun dieses scheiß Holzschwert. Was ist jetzt hier? Ich habe übrigens schon mal zwischendurch mal ein bisschen, gerade eben als ich noch auf dich gewartet habe, habe ich schon mal hier drei Extractors besorgt, habe ich die schon mal gemacht und hier in der Truhe habe ich schon mal ein bisschen Farbzeug gemacht, sage ich mal, jetzt haben wir hier Red Pigment, da haben wir schon, wir haben jetzt vier gute Farbe, wo auch, wofür auch immer wir das brauchen. Was machst du da Schönes? Nichts für dich. Fossilien, nichts für mich, skandalös. So was wir heute machen wollen, ist mein Haus bauen. Wenn wir hier mal rausgehen und mal hier auf der Fläche malen. Kleines Gebäude bauen. Kleines Gebäude, was dann doch ein bisschen größer werden wird. Dann müssten wir hier erstmal die Lande Ebenen. Das wäre vielleicht erstmal eine Idee, dass wir hier eine Ebenen daraus machen. Dass wir hier einen Grund schaffen. Mal ein bisschen Terraforming. Das ist der Platz für unser Haus machen. Und was das Discord-Problem angeht, hoffe ich, das stört durch Zuschauer nicht zu sehr. Es ist halt irgendwie, ja, entweder Lars hat ein schlechtes Mikro oder Discord macht einfach Probleme. Das gibt es ja auch. Das ist ja nicht auszuschließen. Discord macht alles. Discord ist einfach, ja, ist manchmal ein bisschen blöd. Auf das Arme Discord schieben. Ja, ist ja so. Einfach mal ein bisschen unsere Podcast-Folgen. Das ist ja, das ist einfach, ja, gab es auch schon einige Probleme. So, ich ebene hier gerade mal den Boden. Versuche, das alles hier einmal auf eigene Ebene zu bringen. Damit wir hier nicht das Haus über den Huckel bauen müssen. Doch. Genauso wie ich das. Ich habe immer noch nicht die Möglichkeit gefunden, die Musik einzustellen. Die Musik lautstärker. Also. Escape Game Settings. Aber es geht auch so laut, so laut ist die Musik nicht. Ich bin froh, überhaupt mal Musik zu haben. Minecraft-Von war ja gar nicht. Gar keine Musik. Die ist ja nicht dauerhaft. Game Settings. Audio. Ja, das ist schon auf 70. Das ist schon auf 70. Das ist schon auf 70% lautstärker. Das müsste passen. Und was veranstaltest du dort? Während ich mich hier bemühe, mal Landschaft zu formen. Grundstein zu legen für unser Haus. Überlässt du jetzt die Arbeit mir? Komm interactions zu haben. Das müssen wir hier warten. Das ist das ganz gut. Keine Frage. Dann ist es zu vert神endいます. Wie nămst du hier? Wo bin ich da? Ich bin in fact von Fat Quốc. Ich bin zu dir in einem Jahr. und ein bisschen krass terraforming der macht schon feuerwerke hier ist das skandalös während ich hier arbeite machst du party so sieht es aus da so ein bisschen eine grundlage für unsere auszubauen und trage berge ab was dir spaß mit dem leser schwert und mit den feuerwerks körpern ja mensch da vielleicht den jungen stück hier bauen einfach mal hinzuziehen das klappt nicht muss ich schon doch von doch setzen so ich würde es dann hier oben vielleicht wäre es auch nicht so blöd das hier ein zu ebnen damit wir hier auf der ebene dass wir nicht zu hoch drauf sind sondern hier ist immer hier noch was weg nehme das kann ich lassen aber hier so das sieht doch nach einer idee aus hier das grünzeug wegnehmen ich hoffe das gras wächst relativ schnell das ist auch die musik und dass das bei der anderen musik das ist auch die musik irgendjemand läutet hier die glocken läutet die glocken raus ich mache hier gerade eine ebene wo unser haus drauf passen könnte Was bist du für ein Ding? Achso, das ist ein Brown Mushroom. Ich habe ein Pilz im Boden gefunden. Und aus den Blumen kann man ja schön Farbe machen. Ich weiß nicht, wofür man die Farbe noch später braucht, aber vielleicht kann man da Gemälde malen. Ich habe ja schon die Leinwand entdeckt im Crafting-Menü. Also irgendwie kann man da am Ende eine Leinwand basteln. Vielleicht können wir da noch einen Kunst-Vlogshop machen. Machen wir in unserem Haus so eine Kunst-Therapie auf. Kann man so einen Kunst-Kurs anbieten. Malen den Ängsten und Sorgen. Ich wies wie das geht. Ich war früher mal bei so einem Ding und wurde mal als Kind dahin geschickt zum Kunst-Workshop. Ich habe gedacht, dass meine Eltern... Ich war ein sehr depressives Kind, deshalb... Ja gut. Fand ich dann irgendwann nicht mehr zu lustig. Ja. Über meine geistigen und seelischen Abgründe kann man noch einiges erzählen. Ja. Kann man wohl. Muss man aber nicht. Nö. Ich hoffe, dass wächst die Welt mal grün. Es wird endlich dunkel. Das ist so. Das ist so. Der Lars, der magst die beim Dunkeln. Magst du das Tageslicht nicht. Aber nachts baut sich's schlechter. Egal, ich muss Zeugs haben. Ich sterbe gerade. Ich werde dir eine tote Statue errichten. Guck mal, der Lars was killt bei einem Niro. Der Lars, der levelt hier schon. Der macht hier schon. Der ist dann schon... Alles freigeschaltet, während ich hier noch... Während ich hier noch bei meinem Holzschwert bin. Und ich habe erst 16 Stunden Spielzeit. Ja, und ich habe erst... Zweieinhalb. Na gut, vielleicht drei. Ich habe ja schon eine Stunde vorher. Eine Stunde bevor wir begonnen haben, habe ich ja schon mal... Ich habe es ja schon mal ausprobiert, um zu gucken, ob sich das als Display anbietet. Ob ich das mit dir spielen will. Habe ich schon mal reingeguckt. So ein kleines Stündchen habe ich ja schon mal... Habe ich ja schon erzählt. Habe ich ja schon in Laubbrücke gebaut. Schweres Wort. In Laubbrücke. Ja, die Brücke. Ja, die Brücke. Die du wieder abgerissen hast. Ja, war halt blöd. So, ich glaube hier haben wir Platz für ein Haus. Das müsste erstmal reichen. Nein. Ich habe jetzt 235 Gras jetzt. Ach, das bleibt jetzt so, dass du jetzt... Das wird gar nicht nach... Da wächst kein Gras mehr. Okay, da muss ich nochmal ein Gras verpflanzen. Ist egal, wir werden da eh unser Haus drauf bauen. Da wird dann eh ein anderer Boden rein. Kommt dann eh... Das sehe ich, komm mal rein, da können wir hier mal... ins Bett gehen. Ich finde auch so ein Näserschwert. Das ist jetzt dichtig schlafen. Waiting for other players. Die du erwischen. Wollen wir nicht schlafen... Ist das auch noch, als machst du? Das ist das Loch. Okay. Aber ist das schlafen. Das ist ja noch, als machst du. Das ist ja auch noch. ha ha nicht töten ich klicke es dir in die truhe man kann die sache noch auf dem boden legen kann auch irgendwie und wie gab es doch eine also richtig geschenke geben immer geschenkt für dich sturm schmutz kann ich haben Das ist aber gern, ne? Du hast ja schon... Du musst mir selbst eins machen. Ich hab nicht das Zeug für... Ich weiß. Wenn ich die zwei Züchte droppe... Dann musst du einfach auf den Beutel... Wenn du im Inventar bist, gibt es hier rechts einen Mülleimer und rechts einen Beutel. Dann musst du einfach auf den Beutel draufziehen, dann... So. Hast ein Geschenk für mich. Dann kann ich den Beutel an mich nehmen und dann... So kann man Sachen austauschen. So, ausrüsten. Das ist jetzt... Jetzt kann man schlafen, Lars. Das ist hier. Ich kann in der Nacht nicht bauen. Das ist doch hier. Danke. So. Wir wollen unser Haus mal bauen. Das ist doch hier in der Nacht nicht... Wenn ich dann angegriffen werde... Du machst ja sowieso nichts, aber... Wenn ich dann... Beim Bauen angegriffen werde... Das Holzschwert können wir dann... durch mal... Eine Tonne kloppen. Steinschwert... Ist jetzt auch nicht das Edelste, aber... Ist schon mal so eine... Weiterentwicklung. Gut. Mit welchen Blöcken wollen wir denn das Haus bauen? Hast du deine Vorliebe? Holz. Und dann kommt was und setzt das... Dass man das Haus... Im Blabenbrand. Holz. Gibt es da irgendwelche... Ich kann noch nicht sagen, dass ich kein Gegner spawnen... Gibt es da irgendwelche Ziegel oder so... Die man dann schon mal... Wood Grave Wall... Das können wir vielleicht... Wood Grave Wall... Wir lassen damit... Use the Build... Das wäre noch eine Idee, oder? Du brauchen aber... One Year... Canyon Stone... Ja. Das ist ja... Wir bauen Canyon Stone... Wollen wir uns... Eine Wood Grave Wall... Machen... Das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Können wir doch... Bevor wir uns das hier mit... Normalem... Baumholz craften... Stone Rott hast du doch schon gecraftet... Das war doch hier... Das war hier... Dingens Rektor hier... Chop... Ich mache ein paar... Stone Rott... Damit wir genug für die... Eine Wende haben... Was brauchen wir da noch? Stone Rott brauchen wir noch... Die... Wood Slabs brauchen wir noch... Und... Canyons... 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 Stone brauchen wir... Suche mal schon mal... Canyons... Das können wir für die... Die Wende sehr gut gebrauchen... Und... Die Wende sehr gut gebrauchen... Wahrscheinlich im Canyon, oder? Das weiß ich nicht... Oh oh... Das wäre hier aus großer Höhe... Das wäre hier aus großer Höhe... Canyons... Canyons... Ich habe nicht geschlafen... Das geht nur zu zweit... Ja... Aber es ist auf einmal umgesprungen... Deswegen... Das ist... Das war jetzt unnormal... Tja... Du hast Probleme... Peekstone... Peekstone... Found in the mountains... Peekstone... Found in the mountains... Verrat mir... Was einer mit... Welcher Stein jetzt hier gemeint ist... Das ist ein normaler Stein... Das ist ein anderes Peekstone... Was fehlt das Spiel von mir... So selten dürfen die Canyon Stones doch gar nicht sein... Weil sonst... Du kannst ja damit kein Haus bauen... Lass dir keine Ziegel mitmachen... Da kann man die irgendwie aus... Aus Stein... Was man schon aus normalem Stein... Zusammen craften... Hm... Rätsel... Rätsel über Rätsel... Hai... Tür zuerst zieht... So... Canyon Stone... Wo ist Gravel Wall... Steht dort... Das ist hier... Canyon Stone... Hast du einen Plan? Nö... Canyon Stone... Canyon Stone... Canyon Stone... roadmap... Rätsel... Rätsel... So selten kann es ja gar nicht sein... Rätsel... Fond in Canyons... Use... So... Rätsel... 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 Also außer dem... außerdem kennenzulernen haben wir ja alles schon schlägt einfach die tür damit zu aber in kenyan zwar nicht gerade schon was wirklich ich war schon auf den berg wir aber fast auch im kenyan bio wahrscheinlich nicht und wo ist dies ist noch eine rosenkohl kenyan bio woran erkenne ich das im kenyan bio bin da wird ja wohl kaum kennen wie oben dran stehen wenn ich dann drinnen doch genau das dann schaue ich mal gehe ich mal hier schon mal auf reise wahrscheinlich können es da akustisch nicht verstanden die wahrscheinlichkeit dass es noch nicht abbauen können besteht das werden wir ja dann sehen wir brauchen aber erst mal das material für unseren unsere hauswände das scheint nicht das kenyan zu sein sieht hier sehr wenig nach kenyan aus ich habe es gefunden das bringt jetzt haben wir nur ein riesiges loch bei uns an der base dann mach es wieder zu das ist immer noch normaler stein kenyan stone das mysterium kenyan stone das sieht nach kenyan stone aus oder es ist nur normaler stone ich bin mir gar nicht sicher ne ist nur normaler stone und der schwarze stone auf den bergen ist auch ein anderer stein ist nicht der den wir brauchen vielleicht ist es der hier und das ist cool not den kann ich noch nicht abbauen den brauchen wir auch nicht das ist peak stone peak stone ist auch nicht das was wir brauchen versuchen wir dort auf diesen höchsten bergplatz zu klettern welch gibt es da noch anderen ich sehe da verschiedene steinarten welch gibt es da was gut ansonsten müssen wir anderes anderes gestein nehmen das sieht aber gut aus das sieht nach dem aus was wir brauchen ne das ist totes gras das ist kein kenyan stone das gas und holz für die für die mauer bauen habe ich doch gesagt wenn man im inventar gehst ganz unten hier wurde das will ich machen muss eine schöne mauer und eine schöne wand machen das ist mein plan wood gravel wall schaust dir an peak stone das ist normaler stein ich sammle mal ein bisschen schnee kann man vielleicht auch noch irgendwo viel gebrauchen und da wollen wir ein anderes holz nehmen für die mauer für die unsere wand die verbindung mit disco ist gerade so schlecht ich höre dich nicht da musste mal du willst den stein nicht haben was für ein stein den kenyan stone aktuell ich kann den gerade nicht haben weil du willst ihn noch nicht haben aktuell wieso will ich die nicht haben dafür müssten hier erstmals eine kenyan hin und die gegner dort sind so gefährlich okay also anderes das anderes holz nehmen das ist ein loch das jemanden loch in den boden gespringt das war ich herzlichen dank würde ich mal sagen machen wir es mal wieder zum ach Lars versuche ich dir mal den noch wieder zuzumachen wenn du mich nicht dabei tötest aber jetzt überall gras namen drin und drin aber egal das ist gut achten da kommt das runter hier von vorne von oben schon mal fertig das ding getötet den mikrofon knacket jetzt brauchst du mich ein oder was ich kann mich auch wieder raus ich versuche hier das loch zu schließen während du hier versuchst in die einzeln der nächsten da reinfällt dann wollen wir uns im keller bauen habe ich auch die glas jetzt nicht den boden wenn sie anfangen zu graben dann fallen wir wieder rein hier so wir würden jemand ausbauen haben das war noch die große mission welches holz nehmen wir jetzt für die wand das eine was ich wollte das geht ja scheinbar nicht scheint nichts zu klappen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020